Nachdenkseiten Die kritische Website Netanyahus Schmierentheater Die Falken in Washington und Tel Aviv leiten die nächste Eskalationsstufe ein Von Jens Berger Zumindest in Europa kam Benjamin Netanyahus Aber das wird den Chef der israelischen Rechtsrechtsaußenregierung nicht sonderlich stören Geht es beim ganzen Schmierentheater doch vor allem darum Trumps Pläne einer globalen Eskalation anzutreiben Israelischen Insider-Informationen zufolge War die Präsentation Netanyahus zuvor zusammen mit Trump Und dem neuen US-Außenminister Pompeo koordiniert worden Im nahen und mittleren Osten stehen die Zeichen auf Sturm Und dieser Konflikt ist global Im Zuge des Artikels finden Sie zahlreiche weiterführende Verlinkungen zum Thema Wenn sogar ein überzeugter Transatlantiker wie Norbert Röttgen Die vermeintlichen Enthüllungen der Israelis Als Täuschungsmanöver bezeichnet Lässt dies schon tief blicken Einzig und allein Springers Welt mit ihren neokonservativen Hardlinern Clemens Vergin und Alan Posner Zeigt sich abermals derart vernagelt Dass man sich fragen muss Ob da die Unternehmensgrundsätze des Springer Verlags Mitsamt ihrer treue Schwüre zu Israel und den USA nicht überstrapaziert werden Doch diese Kommentare sind in der Tat Ausnahmen Das Gros der deutschen Leitartikler hat die Äußerungen des israelischen Staatschefs ungewöhnlich kritisch kommentiert Und dies gilt unisono für die meisten Politiker Ausnahmen wie Heiko Maas bestätigen die Regel Die Zurückhaltung und Ablehnung hat natürlich einen guten Grund Denn die Präsentation, die Netanyahu am Montagabend in englischer Sprache vor internationalen Medien abhielt War derart lächerlich, dass der Mossad so langsam um seinen guten Ruf fürchten muss Der Waffenkontrollexperte Jeffrey Lewis fasst seine Sicht der Dinge in einem Artikel für das Fachblatt Foreign Policy zusammen Zitat Netanyahus Zirkusnummer vom Montag In der er ein ganzes Füllhorn von Dokumenten des iranischen Atomprogramms vor dem Jahr 2003 präsentierte Hatte ein Publikum von exakt einer Person Es war Teil einer koordinierten Anstrengung mit dem Außenminister Maill Pompeo US-Präsident Trump davon zu überzeugen, den Atomdeal mit Iran zu begraben Und ja, wenn sie überhaupt nichts wissen über das iranische Atomprogramm vor dem Jahr 2003 War das alles vielleicht sogar überzeugend Wenn sie sich jedoch mit dem Thema befasst haben, werden sie dies alles schon vorher gehört haben Da gab es nichts Neues Zitat Ende Genau so umschreibt die internationale Atomenergiebehörde IAEA die Situation Und auch die EU-Außenbeauftragte Frederica Mogherini zweifelt ganz offen an Netanyahus Beweisen und verweist ihrerseits auf die mittlerweile zehn Berichte der IAEA, die Iran-Vertragstreue bescheinigen Diese Position teilt übrigens auch die israelische Zeitung Hares, der britische Guardian und die Washington Post Trumps Wahlversprechen werden Wirklichkeit Um was geht es also? Soll wirklich Donald Trump überzeugt werden, wie Louis und die meisten anderen Kommentatoren dies andeuten? Daran kann man zumindest Zweifel haben Warum sollte der Mann, der das Atomabkommen mit Iran stets als Desaster oder gar als schlechtesten Vertrag, der jemals verhandelt wurde Und der zu einem nuklearen Holocaust führen wird, bezeichnet hat Davon überzeugt werden, dass er den Vertrag, den er seit dem ersten Tag seines Wahlkampfes kündigen will, nun auch kündigen soll Mehr noch, Louis und viele Leitartikler sehen offenbar den neuen US-Außenminister Mike Pompeo als Mastermind hinter dieser koordinierten Trump-Beeinflussung Das ist aber wenig wahrscheinlich Schließlich hat Trump Pompeos Vorgänger Rex Tillerson doch genau deswegen entlassen, weil Tillerson das Atomabkommen mit Iran, anders als Trump, nicht kündigen wollte Dass Pompeo ein Hardliner ist, der das Atomabkommen ebenso wie Trump ablehnt und auch genau deshalb zum Nachfolger ernannt wurde zeigt, dass es Trump und seinen Beratern sehr ernst mit der Aufkündigung des Abkommens ist Hier rächt sich nun übrigens die stets auf Russland fokussierte, komplett einseitige Trump-Berichterstattung Denn dass Trump ein sehr aktives Netzwerk zur politischen Rechten in Israel unterhält, ist ja keineswegs neu Bibi Netanyahu schläft schon mal gerne auf der Couch von Trumps Schwiegersohn, wenn er mal in den USA weilt Die Falken haben sich durchgesetzt Eine einseitige Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA wäre eine Steilvorlage für die Falken Sowohl in Washington als auch in Tel Aviv und Teheran Schon heute führt Israel auf syrischem Boden ganz offen Krieg gegen Iran In den letzten Monaten verging kaum eine Woche, in der die israelische Luftwaffe nicht irgendeine iranische Stellung, ein iranisches Flugfeld oder ein iranisches Depot in Syrien bombardiert hätte Und dabei intensiviert Israel seine Aktionen von Tag zu Tag Am Montagmorgen, wenige Stunden vor Netanyahus Schmierentheater, verabschiedete die Knesset die Abschaffung des Parlamentsvorbehalts Nun braucht Netanyahu nur noch die Unterschrift seines rechtsradikalen Verteidigungsministers Avigdor Liebermann Um ohne Zustimmung des Parlaments anderen Staaten den Krieg zu erklären Letzterer erklärte vor einer Woche übrigens noch, Israel habe genau drei Probleme Iran, Iran, Iran Die Frage von Krieg und Frieden ist also nun in den Händen zweier rechter Falken An deren Geisteszustand man ernsthaft zweifeln muss Doch dies ist beileibe nicht das einzige Problem Sekundäre Sanktionen und ein heißer Wirtschaftskrieg Würde ein einseitiger Rückzug der USA aus dem Atomabkommen nur die USA und Iran treffen, so wären die Folgen überschaubar Dummerweise würde dies jedoch auch und vor allem die gefürchteten sekundären Sanktionen auslösen Selbst wenn die anderen Unterzeichnerstaaten, also Iran, Frankreich, Großbritannien, Russland, China, Deutschland und die EU am Vertrag festhalten kann und wird Jedes Unternehmen weltweit von den USA mit Sanktionen bedroht, das mit Iran Geschäfte macht Und diese Drohungen sind sehr real Die französische BNP Paribas wurde 2015 wegen Verstößen gegen die US-Sanktionen gegen Kuba, Iran und Sudan von einem US-Gericht zu einer Strafe von 8,9 Milliarden US-Dollar verurteilt Ähnlich ging es dem chinesischen Telekommunikationsgiganten ZTE, der wegen seiner Geschäfte mit Iran und Nordkorea 892 Millionen US-Dollar zahlen musste In beiden Fällen handelte es sich wohlgemerkt um unilaterale Sanktionen der USA, an denen weder Frankreich noch China beteiligt waren Wenn es also nun um einen einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit Iran geht, geht es auch um einen Frontalangriff auf die im Entstehen begriffenen regionalen Initiativen, die vor allem von China ausgehen So stellt Iran beispielsweise einen Eckstein des Projekts One Belt, One Road dar, mit dem China die innerasiatischen Märkte und Rohstoffquellen eng an sich binden will China ist schon heute der wichtigste Handelspartner Irans Nach dort wird das meiste Öl verkauft, von dort kommen neben allerlei Investitionsgütern und Konsumprodukten vor allem Direktinvestitionen Chinesische Öl- und Gasfirmen erschließen heute die großen Öl- und Gasfelder Irans Chinesische Handels- und Förderbanken finanzieren große Infrastrukturprojekte Und es gibt sogar ein Pendant zu den deutschen Hermes-Bürgschaften, die in China von der Sinusure an chinesische Händler ausgestellt werden, die mit Iran Geschäfte tätigen Würden die USA hier sekundäre Sanktionen verhängen, wäre dies de facto ein heißer Wirtschaftskrieg gegen China Das Risiko einer militärischen Eskalation ist groß Und auch militärisch ist das Risiko eines US-Rückzugs aus dem Atomabkommen groß Dies betrifft nicht nur die unberechenbaren Falken in Tel Aviv, sondern auch die Saudis, die wohl ebenfalls bereits in die gemeinsame Koordination eingeweiht sind So kann es natürlich ein Zufall sein, dass Mike Pompeo, also der Mann für Trumps Sanktionen, direkt nach seiner Amtseinführung nach Saudi-Arabien und dann nach Israel reiste Wahrscheinlich ist das aber nicht Dass Saudi-Arabien gerne neben Israel die neue Hegemonialmacht über den gesamten Nahen und Mittleren Osten werden will, ist kein Geheimnis Die Schwächung und schlussendlich der militärische Konflikt mit Iran stehen da ganz klar auf der Agenda Ebenfalls nicht vergessen sollte man die Auswirkungen neuer Sanktionen auf die politische Situation in Iran Der heutige Präsident Hassan Rouhani war seinerzeit der Chefunterhändler Irans beim Atomstreit Er gilt als Reformer, der sich gegen die Hardliner im iranischen Establishment nur mit Mühe durchsetzen konnte Hier geht es weniger um das Atomprogramm selbst oder gar um Hegemonialansprüche oder große geostrategische Fragen Sondern um die lokale Wirtschaft, die unter den Sanktionen massiv gelitten hat Wenn der Verhandlungsweg, für den Rouhani steht, an Trump und Netanyahu scheitert Birgt dies die große Gefahr, dass Iran in die Hände der Hardliner fällt Wenn dies passiert, hätten wir folgende Gemengelage Israel und Iran in den Händen der Falken Saudi-Arabien mit Hegemonialansprüchen Der globale Großkonflikt USA-China Russlands Verteidigung seiner letzten lokalen Einflusssphären Die Kriege in Syrien, Gaza, Irak und Afghanistan Und über allem thront ein unberechenbarer US-Präsident mit einem zu allem bereiten politischen Establishment an seiner Seite So ähnlich dürfte die Vorstufe zu Armageddon aussehen Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Und wenn Sie auch etwas tun können, dann können Sie auch bei uns abgeben, wenn Sie auch bei uns abgeben, dann können 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 Sie auch bei uns ab